Ja, ich versuche hier noch ein paar alte Straßenbahnen oder Stadtbahnen, die in Bielefeld fahren, aufzunehmen, denn die sollen ja nach und nach also eingestellt werden, ausgetauscht werden, gegen die neue Warmosbahn. Und jetzt habe ich hier gerade eine drin, die müsste gleich weiterfahren. Das ist die Linie 4, die nach Stieghorst fährt. Ich bin hier übrigens an der Halbstelle Rathaus. Jetzt kommt wieder eine ältere Straßenbahn. Das ist die Linie 4, die in der Hälfte, 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 in der Das ist die Linie 3, die fährt zum Dürr-Copter. Jetzt müsste eigentlich bald eine von der anderen Seite kommen. Oh, jetzt kommt schon wieder eine etwas ältere Bahn. Habe ich ja gelöst, dass gerade so viele ältere Bahnen sind. Jetzt kommt auf einer anderen Seite die Linie 4, das ist die neue, Warmers Bahn. Die fährt zum Lohmannshof. Das ist die Linie 2, die nach Sika fährt. Jetzt müsste von der anderen Seite... Oh, ja, da kommt... Das ist wieder eine Warmers Bahn, also die neue. Hält jetzt an. Das ist die Linie 2, die nach Altenhagen fährt. hier aber noch ein paar der Nachrichten. Eine will ich noch abwarten, vielleicht kommt ja nochmal eine alte. Die sind immer ganz gut bemalt und bunt. Mal sehen, ob da ist der Tunnel. Untertitelung des ZDF, 2020 Na ja, eine Bahn will ich noch abwarten. Also eine Minute warte ich noch. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, jetzt kommt eine. Auch wieder eine etwas ältere Bahn. Oh, jetzt kommt von der anderen Seite eine. Das ist die Linie 1, die nach Senne fährt. Das ist die Straße. Das